Diese hier zum Kauf angebotene 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Neuenbürg. Das Objekt wurde 1980 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 158.000 Euro. See Immobilien Management GmbH beantwortet gern Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.